Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin es wieder euer Kevin Griesbeck und in diesem Video geht es um die Kohlsuppendiät. Ob die Kohlsuppendiät zum Abnehmen sinnvoll ist oder eventuell nicht, darum soll es heute speziell gehen. Wenn dich generell die Themen interessieren, wie du abnehmen kannst und dein Gewicht dann auch mal dauerhaft hältst, dann abonniere gerne den Kanal, denn hier geht es eben rund um diese Themen. Also, erstmal zum grundlegenden Aufbau einer Kohlsuppendiät. Eine Kohlsuppendiät ist so aufgebaut, dass du, wie der Name schon sagt, eben Kohlsuppe essen darfst. Da gibt es jetzt auch kein beschränktes Limit, also du kannst so viel Kohlsuppe essen, wie du möchtest. Da sind verschiedene Bestandteile, sage ich mal, mit drin. Ganz normale Kohlsuppe sollte jeder da draußen kennen. Und dann ist es so, dass man eigentlich das Ganze nur in der Dauer von einer Woche macht und mit dem Ziel eben in der Woche irgendwie abzunehmen, den Körper zu entgiften und, und, und. Da ist jetzt schon der erste Punkt, weil viele Leute machen das eben zum Abnehmen über eine längere Zeit. Da komme ich gleich später noch drauf, warum das Ganze für eine längerfristige Geschichte nicht sinnvoll ist und sogar sehr, sehr ungesund ist. So, wir bleiben jetzt erstmal beim ganz normalen Aufbau von einer Kohlsuppendiät. Eine Woche, man isst die Kohlsuppe, so viel wie man möchte. Und dann gibt es noch so einen Plan, was du dazu addieren darfst nach und nach. Also, welche Lebensmittel du essen darfst und welche du nicht essen darfst. Und man fängt dann anfangs an, Obst und Gemüse zu essen. Also, das darf dann mit drin bleiben, aber alles andere ist verboten. So, dann ein paar Tage später darfst du dann vielleicht auch wieder Hühnchen, also mageres Fleisch mit hinzufügen, bis man dann irgendwo bei Tag 7 angelangt ist. Und dann kann man sich wieder normal ernähren, wie davor. So, wir sind ja jetzt auf dem Kanal, wo es rund um das Thema oder rein um das Thema abnehmen geht. Und eigentlich solltest du jetzt schon sehen, warum die Kohlsuppendiät zum Thema Abnehmen, also zum Abnehmen nicht wirklich so sinnvoll ist. Warum ist sie nicht sinnvoll? Weil, erstens, die richtige Kohlsuppendiät geht nur über eine Woche. Wenn du das eine Woche lang machst, ja, dann wirst du Gewicht verlieren, weil du isst weniger. Das ist faktisch so, dass der Körper Fett abbaut, wenn du einfach weniger isst. So, das Problem davon ist jetzt, da ist jetzt nicht wirklich eine große Ernährungsumstellung, die da passiert. Das heißt, ja, du isst nur bestimmte Lebensmittel, aber was ist denn nach der Woche? Du isst dann wieder ganz normal und nimmst wahrscheinlich wieder zu. Sehr wahrscheinlich sogar. Und man kennt auch diesen typischen Jojo-Effekt. Das ist auch meistens dann gegeben, wenn du dem Körper wirklich sehr, sehr wenig gibst und ihm dann wieder normal viel gibst, weil er jetzt denkt, dass da nichts mehr kommt in der nächsten Zeit, ja, lagert er das auch vermehrt an, ja. Und deswegen sollte man nicht beim Abnehmen auf so eine Diätform setzen. So, das war das eine Beispiel mit dieser einen Woche. Jetzt gibt es aber auch Leute, die das Ganze einfach sagen, ja, da mache ich es halt dauerhaft, ja, so lange, bis ich mein Diätziel sozusagen erreicht habe. Das Problem davon ist, wenn ihr das jetzt eine Woche lang macht, dann ist es so, ja, ihr seid in dieser einen Woche in einer Nährstoffunterversorgung. Das heißt, ihr gebt dem Körper nicht so viel Nährstoffe, wie ihr eigentlich braucht, um gut zu funktionieren. Das macht in dieser einen Woche nicht so viel aus, sage ich jetzt mal, also was die langfristige Gesundheit angeht. Aber wenn ihr das auf Dauer macht, dann schädigt ihr wirklich eure Gesundheit, euren Körper enorm, wenn ihr, wie gesagt, das einfach langfristig, dauerhaft über mehrere Monate hinweg macht. Der Körper ist in einer Nährstoffunterversorgung und wird sich auch nach unten regulieren. Der Grundumsatz wird sich senken. Das bedeutet, dass irgendwann auch das Gewicht stagniert, weil der Körper braucht auch dieses Gewicht teilweise, um die Funktionen des Körpers, also die gesundheitlichen Funktionen des Körpers erhalten zu können, aufrecht erhalten zu können. Und deswegen wirst du auch damit nicht nachhaltig abnehmen. Und selbst wenn du es schaffst, damit abzunehmen, dich damit quasi runterzuhungern, Muskulatur einzubüßen, weil du kaum Eiweiß isst eventuell, selbst wenn du es schaffst, ich sage den Leuten, im Abnehmen ist nicht das Schwierige, sondern das Schwierige ist das Halten mit so einer Diätform. Weil willst du dein Leben lang Kohlsuppe essen? Wenn du das nicht mit Ja beantworten kannst, dann macht das keinen Sinn, das zu machen, egal wie lang, ob das eine Woche ist, zwei Monate, drei Monate, dann macht es keinen Sinn, eine Kohlsuppendiät zu machen, denn das Gewicht wird immer wieder zurückkehren, sobald du dich wieder auch normal ernährst. Und auch zum Entgiften und sowas macht eine Kohlsuppendiät keinen wirklichen Sinn. Du solltest dem Körper das geben, was er braucht, damit die Organe gut funktionieren und selber entgiften können. Das ist nämlich die Funktion von den Organen. Du kannst den Organen durch bestimmte Gerichte, Lebensmittel helfen, das besser abzutransportieren, die Abbauprodukte sozusagen. Aber das war es dann auch schon. Das reicht auch komplett aus. Da musst du jetzt nicht anfangen mit irgendeiner Fastendiät und, und, und. Es gibt ganz, ganz Spezialsituationen, aber nicht im Zusammenhang mit dem Abnehmen, wo man Fasten anwenden kann. Aber zum Abnehmen würde ich immer tendenziell abraten von irgendwelchen Kuren, Fasten, Kohlsuppendiät und so weiter und so fort, wo du sehr wenig isst in der Zeit. Davon rate ich beim Abnehmen ganz, ganz stark ab, denn meistens kommt das Gewicht nicht nur im gleichen Maße wieder, sondern sogar mehr wieder vor. Also das ist eben nicht sinnvoll, das ständig immer auch wieder erneut zu tun oder das über eine längere Zeit zu machen. Auf keinen Fall, davon rate ich ab. Jetzt kommen wir natürlich dazu, was solltest du stattdessen machen? Weil jetzt habe ich natürlich gesagt, warum das nicht so sinnvoll ist, warum du es nicht machen solltest, was die Aspekte sind, was das Ganze wirklich schädlich macht für dich. Aber jetzt möchtest du natürlich auch wissen, was so die Lösung für dich ist, was man das stattdessen machen sollte. Da kommen wir jetzt drauf. Und zwar eigentlich immer das Gegenteil von dem, was du jetzt da gehört hast. Eine Diät, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, soll eben über eine lange Zeit funktionieren können. Nicht nur über eine Woche, über zwei Monate, über drei Monate oder sowas, sondern eine Diät in Anführungsstrichen sollte so lang funktionieren, bis du dein Gewicht erreicht hast, was du verlieren wolltest. Und aber auch drüber hinaus, weil du willst ja nicht wieder zunehmen. Das sind die Kernpunkte, wo du dir Gedanken machen solltest, welche Diätform oder welches Abnehmenvorhaben bringt mir das. Wenn es etwas ist, wo von deinem Alltag her komplett entfernt ist, das heißt, eine Kohlsuppendiät ist ja komplett abstrakt zu dem, was du jetzt aktuell machst, wie du dich aktuell ernährst. Und je abstrakter das Ganze abweicht von deinem jetzigen Alltag, desto schneller kommt das Gewicht wieder und desto kurzfristiger ist dieser Diäterfolg, wenn er denn überhaupt kommt. Deswegen musst du dir Gedanken machen, wo fange ich an? Ich fange nicht an und nehme jetzt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, bevor ich mich überhaupt mit der Ernährung beschäftige. Sich mit der Ernährung zu beschäftigen, heißt auch nicht, dass du nur noch Salat, Gemüse, Obst essen darfst oder irgendwie kochen musst. Wenn du kochen willst, weil es dir Spaß macht, ist das super. Dann kannst du da wirklich auch viele Varianten unterschiedlich machen. Aber das ist ja heutzutage auch oft nicht gegeben. Man hat entweder keine Lust oder keine Zeit dazu zu kochen. Und dann bedarf es eben Alternativen. Wenn du im Restaurant isst, Alternativen. Wenn du auch im Supermarkt deine Sachen einkaufen solltest, schnelle Alternativen, wo du nicht stundenlang in der Küche stehen musst oder Alternativen, wenn du irgendwo beim Imbiss bestellst. Es gibt überall Alternativen, bessere Alternativen, die dir eine Menge einsparen und bessere Nährstoffe liefern, die dem Stoffwechsel helfen, eben wirklich auch im Endeffekt unterstützen, dass du gut abnehmen kannst. Das wollte ich einfach nur damit sagen. Du musst schauen, gibt es Alternativen, was wirklich sehr nah ist an dem, was du jetzt schon machst. Ein kleiner Geheimtipp. Was heißt Geheimtipp? Aber ich denke, wenn du das beherzigst, dann machst du damit schon mal sehr, sehr viel richtig. Falls du jemand bist, der sehr gerne Döner isst, probiere doch gerne mal den Döner-Teller aus. So, da hast du schon enorm viel Kohlenhydrate und Kalorien eingespart. Das ist mal so ein wirklich guter Tipp, den du beherzigen kannst. Und allein da siehst du schon, das ist eine einzige Schlüsselstelle, die du alternativ ändern könntest. Nicht immer, du musst jetzt nicht immer den Döner-Teller essen, aber je öfter du das machst, desto mehr sparst du sozusagen ein an Kalorien. So, und das kannst du jetzt an so vielen unterschiedlichen Stellen machen. Und das ist auch genau das, was ich meinen Leuten mitgebe im Coaching. Ich zeige den Leuten eben Alternativen auf, bessere Alternativen auf, die einem sogar noch mehr Energie bringen, die einem nicht dieses Mittagstief bringen, sondern dass man wirklich isst und man hat davon Energie und nicht umgekehrt. Dass man isst und die Energie wird geraubt, man ist müde, man ist auch nicht gesättigt, hat nach zwei Stunden wieder Hunger. Genau das Gegenteil. Und das eben zu den Zeiten, wo es dir passt. Also wir versuchen jetzt nicht, du isst zum Beispiel gerne mit deiner Familie abends und da isst du auch gerne mal was Deftigeres oder was halt die Frau kocht oder je nachdem. Und darauf würdest du auch nicht gerne verzichten. Und das sollst du auch nicht, sondern du sollst die Mahlzeiten dir angucken, wo es dir egal ist, ob du A oder B isst, und dort diese Alternativen mit einbauen. Und wenn dich das Ganze interessiert, wie so Alternativen aussehen, wie eben das generelle System aussieht, was ich den Leuten wirklich mitgebe, mit denen die Leute es so spielend leicht haben, eben Gewicht zu verlieren und dann auch mal dauerhaft zu halten, wenn dich das interessiert, dann ist unter dem Video ein Link in der Videobeschreibung www.kevin-griesbeck.de da einfach mal auf die Webseite gehen, dich auf ein kostenloses Erstgespräch eintragen und dann setzt du uns mal gemeinsam zusammen, analysieren genau deinen Alltag, deine Ist-Situation, schauen, welche Probleme hast du und wie können wir die effektiv beseitigen. Also wenn dich das interessiert, gerne mal auf die Webseite gehen und dich eintragen. Ansonsten gib mir einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Dein Kevin Griesbeck und bis zum nächsten Mal.